Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde von Zelda Scrolls 3 Morrowind und bevor ich lade ganz kurz in die Optionen da ich schon wieder mal längere Zeit nicht gespielt habe und sich die Optionseinstellungen zu mindestens der ein oder andere wie beispielsweise hier Gamma oder so sich schon mal auf wunderbare Weise selber verstellen also wieder auf Standardeinstellungen sozusagen zurückgehen ist jetzt ganz gut wenn man hin und wieder mal kurz rein schaut aber wie ich das hier soweit überblicke ist alles in Ordnung dann können wir starten bzw laden Insuran genau da hatte ich jetzt mal Station bezogen und jetzt werden wir uns hier mal so ein bisschen umgucken und mit den Leuten quatschen und gucken was man hier so machen kann jo da unten ist auch irgendwas schönes ja alles nach und nach hier haben wir eine Schneiderin und wer oder was wohnt hier ein Händler sehr gut zu wissen wenn man Sachen verkaufen möchte wäre da eine entsprechende Anlaufstelle gegeben was da sind für Probleme wünscht denn habe ich gar nicht mitbekommen ich dachte schon warum greifte ich jetzt die Wache darauf einmal an ich hab doch hier gar nichts böses gemacht also noch nicht so Haus Oran Ist da jemand zu Hause? Ja, ähm, Tag, die Herren. Oh, Entschuldigung, Tag, die Dame und der Herr. Ja, hallo, Frau Ravoso Arin oder so, oder Arinon oder, ich kann diese Namen, also wirklich. Schon in Ordnung, Namdos, danke. Ihr könnt mich Ravoso Arion nennen. Ist dies euer erster Besuch in Suran? Hier kommen viele Pilger vorbei, da die Geburtsstätte von Molag Bal in der Nähe liegt und auch die Felder von Kumu hier sind ein beliebtes Ziel für eine Pilgerreise. Sucht er einen bestimmten Ort? Nein. An die Sklavenbewegung? Ja, das ist der Standardtext, den wir immer zu Gebüte geführt bekommen. Die Ascadia-Inseln Die Ascadia-Inseln sind der grüne Garten von Wadenfell, ein Land der Seen und Flüsse, mit kleinen Bauernhöfen und großen Plantagen. Es ist die Flachlandregion direkt im Norden von Vivek. Im Westen liegen Pelagiat und Balmora, im Norden das Aschland und das Aschland von Balur und im Osten die übel riechenden Dämpfe und Lavaseen von Molag Amur. Okay, danke, danke. Irgendwelche Gerüchte? Nares, oder so ähnlich, Atrys, fand im Herzen des Aschlands einige abtrünnige Telvanni und deren Stützpunkt. Aber sie benutzte eine Alm-Sivi-Interversion, um zu fliehen. Und nun weiß sie nicht mehr, wo genau dieser Stützpunkt war. Okay, okay, okay. Dienste? So, das kennen wir schon. Der Herr Dranas Sarat-Tram ist der örtliche Sklavenhändler. Okay. Kleines Geheimnis. Ja, das ist aber auch mehr oder weniger bekannt. Moment. Da ihr ein Fremdländer seid, kennt ihr die Daedrischen Ruinen in Morowind vielleicht nicht. Daedra-Kulte beten die heimtückischen Daedra an. Ihr könnt mehr darüber im Tempel erfahren. Vor langer Zeit, bevor der Tempel es verbat, wurden die heimtückischen Daedra Molag Bal, Malakat, Chio-Goraz-Me-Runes-Dagon in den Schreinen der Daedra-Angebete. Ja doch, das kennen wir schon. Das ist nichts Neues. Ein Ratschlag. Bemüht euch nicht, nach einem geeigneten Brücken- oder Fährsystem über die Seen und Flüsse zu suchen. Es gibt keins. Wenn ihr im Gebiet der Asgardia-Inseln reist, müsst ihr darauf vorbereitet sein, nass zu werden oder Magie anzuwenden, um über die Wasserwege zu fliegen oder zu laufen. Okay, Beruf? Ich bin Pfandleiher. Ich kaufe eure Waren gegen Ware. Ist das auch bekannt? Morwind-Legenden? Ja, das mit dem Camona-Tonk ist ja auch nun hinlänglich soweit erörtert worden. Nere Varin. Ah, ja, ja, ja. Okay, 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 okay. Das ist die Geschichte. Ja, Suchan selber. Da hatten wir, glaube ich, auch schon was zu erfahren. Ja, das ist soweit auch bekannt. Also nichts Neues zu verpfänden. Habe ich nichts. Laien will ja auch nichts. Dann gehe ich mal meiner Weegilbung jetzt hin da oben hin. Muss ich hier ein bisschen umgucken? Oder gibt das Ärger? Ähm, eine weitere Tür. Hm, interessant. Gebäude ist größer als gedacht. Jetzt wieder runter. Das scheinen irgendwelche privaten Gemächer zu sein. Tag, der Herr. Okay, meine Herren, ganz schön hoch hier. Und hier kommen wir nun wirklich zu irgendwelchen privaten Gemächer. Okay, okay, okay. Da lassen wir mal schön die Fingerchen von. Wo geht's denn hier hin? Nach Suran selber. Aha, interessant, interessant. Kommt man da irgendwie noch weiter oder ist da Ende Gelände? Mehr oder weniger Ende Gelände? Hm, ja, nicht unbedingt. Man kommt an der Stadtmauer vorbei. Aber das dann natürlich hier wieder raus. Interessant aufgebauter Ort. Ach, der liegt ja immer noch hier rum. So, wen haben wir denn hier? Ibarna dat Asirna Rari Tränke. Okay, da kann man sich halt mit entsprechenden Zaubertränken eindecken. Das ist ein Dunmeer-Tempel. Wo wir schon mal gerade hier sind. Schauen wir es doch einfach mal um. Mhm, interessant, nett. Unterhalten wir uns mal ein bisschen. Elinun. Jawohl, Elinun-Saren. Ist schon in Ordnung, Knandos. Ich bin im Moment nicht beschäftigt. Was kann ich euch über Suran erzählen? Aus Kadir Inseln. Hat sie da irgendwie was zu noch zu sagen? Nö, das ist bekannt. Okay, man kann hier Magie erwerben. Bistes Wasser. Da war ich wahrscheinlich Sekunden und dann die Größe des Bereichs. Ja, ist ja schön. Gut zu wissen. Dann Zauber. Würde der Schuld. Veränderung. Aha, okay. Große Feder. Zwei Barrieren. Also eine ganze Reihe von verschiedenen Zaubern, die sie anzubieten hat. Mit unterschiedlichen Preisen. Alle ganz gut. Danke, danke für die Information und natürlich kann man die auch handeln. Magische Sachen, Kleidung nicht, Waffen nicht. Okay, einige Bücher. Habe ich ein Buch zu verkaufen, weil ich schon mal gerade hier bin? Genau, dann würde ich doch mal sagen, bieten wir das mal an. Das kann auch weg. 43. Dankeschön und lebt wohl. Das hat ja einigermaßen gut geklappt. Da gibt es was zu lesen. Ist das irgendwas, was man persönlich weiterbringt? Alamalixias Erzählungen. Aha. Irgendwelche Punkte bekomme ich nicht gut geschrieben. Ich gebe auch wie gewohnt. so, dann machen wir das auch. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob wir das schon mal irgendwo lesen konnten. Für den Fall das ja. Sorry, dass ich das jetzt nochmal aufgeschlagen habe, aber ich habe jetzt nicht gemerkt, wie viele Bücher wir schon so verschlungen haben. So, wie finden wir hier? Waren wir da schon? Das ist ein Handelshaus, ist das die zufälligerweise Stelle, wo wir schmalen waren? Ne. Interessant. Da. Ich bin gerade dabei, mich mit dieser Dame zu unterhalten, mein werter Herr. Willkommen in Suran, deinem Edelstein der Asgardia-Insel. Ich bin Jamie. Was führt euch in unser schönes Dorf? Sucht ihr jemand Bestimmtes? Aufträge oder so können wir hier wohl nicht bekommen. Oh, ich bin ein Kreuzritter. Kreuzritter waren einst Krieger eines Kultes, doch heute nennt sich jeder Krieger mit einem Anliegen so. Mein Anliegen ist, Totenbeschwörer, Hexen, Banditen und andere Missetäter zu jagen. Und mir geht es gut. Die Bergung von Waffen, Rüstungen und Gütern erlaubt mir ein gutes Leben. Ich bin zäh und stark und trage schwere Rüstung und kämpfe mit stumpfen Waffen. Und abgenutzte Waffen oder abgenutzte Rüstungen sind schlecht für den Kampf. So bin ich auch mein eigener Waffenschmied. Den Text hatten wir ja auch schon mal. Zeugen Leider kann man die Leute nicht anwerben. Ich habe immer mal gehofft, dass es die Möglichkeit gibt, hier irgendwie mit den Leuten gemeinschaftlich durch die Gegend zu ziehen. Zumindest mit irgendwie so einer kleinen Truppe, aber das scheint wohl nicht zu gehen. Was wollt ihr Fremdländer? Neuste Gerichte? Sie werden Korpus-Bestien genannt. Sie kommen vom Roten Berg. Einst waren sie normale Bürger. Dann kommen Peststürme, sie geraten in die Stürme, sie werden krank, werden fett und dumm. Nun streuen sie umher wie wahnsinnige Bestien, sie töten und fressen. Sehr sehr schlimm. Das hört sich auch so an. Sein Beruf gehört zum Gemeinvolk. Irgendwelche Legenden. Das ist auch nichts Neues. Okay, Roter Berg. Der große Feuerberg im Herzen von Wadenfell nennt man den Roten Berg. Die äußeren Hänge sind steil und schroff. Der Krater ist tief und mit brennenden Fels gefüllt. Bestien und Diener des Teufels Dago Ur leben am Roten Berg. Die ansässige Bevölkerung errichtete eine magische Barriere, den Geisterwall, um die Hübel darin einzuschließen. Innerhalb des Geisterwalls gibt es weder Regen noch Sonnenschein, nur immerwährende tödliche rote Pestwinde. Hm, okay, neue Information. Geisterwall? Der Geisterwall ist ein magischer Wall um den Roten Berg. Die Siedler schufen diese Barriere, um den Teufel, Dagut Ur und seine Kreaturen und Diener im Roten Berg gefangen zu halten. Dagut Ur ist der Teufel und der Feind. Dagut Ur und seine Bestien und Diener sind die Quelle vieler Übel, die die Dunmeer und Morrowind befallen haben. Dagut Ur wohnt im glühenden Höhlen unter dem Roten Berg, unterstützt von seinesgleichen den Aschelden, Vampiren und von Legionen deformierter Ungeheuer. Interessant, interessant. Jo, da werden wahrscheinlich noch interessante Zeiten auf uns zukommen. Interessante Information, vielen Dank dafür. Achso, ja, 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 ich wollte doch hier noch mit Aschumanu Erashir reden. Ist schon in Ordnung genommen, ich bin im Moment nicht beschäftigt und mit ihr könnte man jetzt Handel treiben. Was hat sie denn alles schönes anzubieten? Das ist sehr übersichtlich. Vielen Dank. Lebt erst einmal wohl. So, äh, gehen wir mal hier weiter. Mehr Übung könnte nicht schaden. Da sagst du ein wahres Wort. Aha, okay. Schön, euch wiederzusehen, Freund. Hoffe, dass alles zum Besten steht. Kann ich euch in irgendeiner Weise in Suran weiterhelfen? Ja, Dienste oder irgendwas also Aufgaben oder sowas hat er sie erst auch nicht anzubieten. Er ist ein Krieger. Ich grüße euch ebenfalls. So, ähm, wo kommen wir denn da unten hin, ohne sich die Knochen zu brechen? Moment. Sagen, wir müssen doch irgendwo Treppen untergleichen existieren. Flottenschritts voran. Der Elvil Asche und Feuer kommen von Roten Berg hernieder. Die Sünder sammeln sich im Haus. Die Zeit des fleisch gewordenen naht. Oh, so ein Gläubiger. Äh, na gut, er hat da nichts Neues. Beruf gehört zum Gemeinvolk. Der Schrein des Molag Baal ist kein Ort, zu dem man mal soeben eine Pilgerreise macht. Sein Inneres ist von einem gefährlichen Fluch belegt und es ist dem Tempel nicht gelungen, Hexen und Hexer herauszuhalten, die dort ihre Deadral Verehrung praktizieren. Seht euch die Ruinen ruhig von außen an, aber betretet sie nicht, es sei denn, ihr seid stark und gut vorbereitet. Ich bin weder das eine noch das andere. So, ja, zudem haben wir ja auch schon Informationen bekommen. So, dann erstmal lebt wohl. Die sind hier ganz schön geschäft. tüchtig. Hier ist wieder ein Pfandleiher. Da können wir uns mit Waffen und so versorgen. Okay, okay. Ausstatterin, okay. Aus der irdischen Freuden. Interessant. Was mir auffällt, hier gibt es bis jetzt zumindest relativ wenig freistehende Kisten Fässer und der gleichen, also sich immer eben so ein bisschen zu bereichern ist anscheinend nicht möglich. Ein Wachtturm, okay. Gut, dann ganz kurz mal zur Ausstatterin. Bären Akkus und Wur Lure. Mhm. Irgendeine Geschichte. Äh, Ausstatterin, interessant. Äh, wo sind denn hier die Geschäftsräume? Achso. Wird dran vorbeigelast, wie immer. Worum geht es denn? Ich wollte mich einfach mal erkundigen, was du denn so schönes hast. Es freut mich, euch kennenzulernen, Nandos. Ich bin Ranoza Gilvaya neu hier. Ich bin mir sicher, dass ich mit, dass ihr mit ein paar Fragen, dass ihr mir ein paar Fragen stellen wollt. So, ja, erst mal gucken, was hat sie denn Schönes. Oh, oh, oh. Ein Kurzbogen könnte man hier erwerben. Eisenlangschwert. Okay. Silberwurfeile, Streitkolben, ein Stahltanto, Stahlarmbrust, Langbogen, Holzen und Pfeile und Stahlpfeile. Okay. Kleidung. Einige normale Kleidung und Rüstung. Okay, auch nicht schlecht. Bisschen Magie. Gut, ansonsten Midehammer des Meisters. Okay, okay. Dann des Lehrlings und des Gesellen. Sehr schön. Eine Reparaturzange. Sonde des Meisters und so weiter. Da hat sie auch einiges. Und Dietriche. Hm, okay. Nicht übel, Herr Dübel, sag ich mal. Aber im Augenblick brauche ich eigentlich nichts weiter. Ob ich was, was ich verkaufen könnte. Das ist eine ganz andere Geschichte. Hm. Sag mal spontan. Nein. Waffe? Hab ich noch irgendeine Waffe? Nee. Nichts weiter übrig, was ich veräußern könnte. Dann sag ich erstmal leb wohl. Gut. Tja, dann schauen wir uns hier mal noch ein bisschen weiter um. Und ich gucke mal, ob ich hier nicht noch das eine oder andere vielleicht entdecke, was sich irgendwie in Geld umwandeln lässt oder wo wir vielleicht doch noch einen Auftrag bekommen könnten. Bis dahin alles Gute und gehabt euch wohl. S sensing so oll of S 31 S들이 S mit S S S S S Vielen Dank.